Jao Leute, und wir kommen jetzt wieder auf unserem Kanal. Ja und, und davon wird es mehr daran teilengeben, weil seit drei Monaten sind es spiel ich wieder Fortnite hochgekommen bei der Lache. Warte, warte, warte. Haben wir die hochgenommen, die Kleen-Pöcher. Ey, ich komm nicht so weit, jetzt. Ich komm hier zum Haus. Okay, ich komm nicht ganz so weit. die neue Hauskundung alle wie in diesem Haus ja wie auch wir machen da reise Milliarden Euro finde ich toll ich habe ich habe da mal geplündert ich kann euch paar mann da ich werde abgeballert sich ich kann wir machen wo gehst du weg ich kämpfe zum ersten mal in dieser season könnte ja sein da kommt jemand hoch da ich in die ehre genommen millionen millionen ja erst weiter weg du bist direkt vor den gegnern du achi cool da jetzt bin ich tot alter levin ist auch tot du hilfst dir andauernd nur dein freund und ja jungen kipp dir den alter bester ford was clever helft mir hinterm brust da können wir uns nicht abschließen ja digga was soll ich machen doch doch hier lasst mich doch ruhig alter haupt doch er bauter nach als ich sterbe nilu fast aufleben denn bitte sterb nicht ein bitte stirbt nicht fetzel oh du holst mich im geiler hoch ok ey wie ohne verpisst euch doch einfach die dumme hohregelne man was hilfst du mir nicht weiter die da wer hat dich denn gefickt alter und wenn der mich jetzt finischt ne leo hihihi 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 ne leo ich krabbel zu dir du geile Socke hihihi holen halb mich unter einem ne leo hör mal hör mal krab mich rum hallo hallo ich bin gleich tot du offe mach jetzt hihihi 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 oh mein Gott nimm mich doch mit ey nilu weißt du zu dein Kopf alter hihihi 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 nilu wenn du denn hörst hol mich sofort hol mich sofort hol mich sofort ey 2 AP nilu schritte hihihi 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 dreht er durch bom bom ha hihihi 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 fick die noch sag's euch rief die nöntgen rief die nöntgen rief die nöntgen rief die nöntgen nöh ich finde dich den gleich ich hab die weggefressen ja wixer jawohl komplett lust lustig bin ich auch absolut nicht immer wieder bist du wieder ich hab mir das leiber und jetzt haben kann Okay, wo wurdest du denn abgeholt? Ah, da war er lustig. Der war lustig. Ey YouTube, gib mal ne gute Waffe, ich hab richtige Müllwaffen. Wo bist du? Ich hab noch eine Waffe, Alter. Hier, brauchst du? Kann nix sehen. Hab ich schon, ich hab das gleich noch. Ich hol dich. Ich anwäl den weg, den kleinen Pisser. Halt's Maul. Och Schnee, Leo. Oh ne, der Yannis. Wer ist das? Jakin. Ja, halt's Maul. Ey, die sind so lau, Junge. Kriegst du ihn nicht? Ich hätte gedacht. Wolle, ich hätte gedacht. Wolle, ich hätte gedacht. Ich weiß was. Ich weiß was. Ich weiß was. Beste türkische Sprache. Hiel mich mal. Oh ne. Ehrenbruder Pauli, erstmal ein ganzes Lut. Nimm. Egal. Egal. Das ist halt Liebe. Oh ne. Ach. Er hat die Punkin gar nicht gleich. Habt ihr Punkin? Ich angle die weg, Alter. Guck. Ich angle den Sohn. Der Punkin. Guck ich auch so mit den, ey. Das mach ich nicht. Gängig einfach so mit den. Ah ja. Das mach ich nicht. Gegenüber von uns ist noch jemand im Hause. Ach nee. Du waff' mir. Da wollte mich schneiden. A dann aber schick' ihn fast auf. Ich geh von unterde rein. A dann aber, das ist ein neuer Gehalt. Fast auf. Uiwuiuiuiuiuuu. Uiuuu. Uiwuiuiuiui. Uiiwuiuiuiuuu. nein ich habe auch wenn du mein ganzes kind gekauft hat einer komponier der war noch hat eine pop boni ich habe drei schlüsseln und zwei gegner kleiner club sporten gegner noch dreimal diese wohnung so wenig machen alle noch hallo sagt und jetzt sagt man gut einfach nur gurke das lege ist nur youtube versteht ist bei youtube weise stammt meine wir haben immer so ein richtiger wort also nikolai 26 ich habe alle gefickt konnte die youtube sagt man muss ich habe das team gefickt ich habe mal leiden vier spieler d3 ich habe nicht besser nun alter ich habe in der pistole 3 gefickt auch hinten oder vorne oder mit ich frage mich gerade wie man in mitte bauten haben es müssen wie kannst du da fragt und worte naja wir sagen wir schon von der mutter aber natürlich bin ich aufgeregt ist ein endhaken gut was bringt er was macht er also wenn man den auf den arsch schießt da macht ein loch rein und dann wird er das stecken und dann nimmt er dich mit hey irgendwie ist das feuer ich hoffe alles ich habe das feuer nicht angemacht naja ich ziehe den gegner damit dran glaube ich in der hut lustig wo ist die sache der ist dahinten ich kann die schneiden wenn ihr möchtet ich auch nicht wo ist denn ich sehe denn ich wusste markiert doch diese ruf und so und er kann nix bin ja ich bin fast tot irgendwann die granate geschmissen ich habe ja nicht gut ja ich auch bei mir gibt mir auch mal mit kürtig haben nilow hey youtube dein ernst ich gebe dir sogar mini ich gebe dir an ich gebe dir an ich gebe dir an und war da danke was soll ich da jux die runde gewinnen ja damit kommt so angehen ich habe für dich jetzt wenn die runde gewinnen wir gut zu wissen dass du mich richtig viel länger kennst und ihnen das medkit gibt es noch freundschaft noch mehr keller hat weniger leben als du ich habe für dich für dich für dich das ist ein richtiges dachbar fisch fang mal einen geilen fisch das ist voll der dachbar fisch hier noch ein fisch das sind dachbar fische ey ne leo alter fick dich einfach oder welcher spaß ist keine war alter was du das was das garst der in der anderen sein gefangen hat die mich angefangen hat ne der nicht mehr manch ist noch ein kleiner und wenn man in den karmakama kamen 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 ein durch unser gut alter abentes lasst uns einfach weinen heute das fisch gesicht kann das ist dagegen diese fisch zurück kommt die leidige nicht seine familie kommt sind gegner oder was er kommt youtube alter ihr seid ja gute team es er guckt die waffe du kriegst heilung hallo wir zeigen euch den luther ab alles und das ist auch wenn ich bitte die waffe ich habe die größten schrottwaffen weiter ich habe eine graue tag ich habe mit grau zu kommen darf ich ich liebe spaß ich passen also spaß 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 kommen immer einfach ach es tut so weh alter wenn die weh es tut so weh junge ich krieg herzen fackt habt ihr mal da eher moni und kleine weil ich hab gar nichts ihr kommt ey junge seit 1 minuten sagen wir euch dass wir mit dem board fahren und ihr seit 3 minuten gibt doch mal erst mal ein bisschen moni welche habe ich habe ich habe gar nichts bekommen aber dankeschön wer droppt ich bin voraus reich doch ne wer das gerade war alter ist echt vorbei und kleine ich habe ihn 200 erhebungen wird überhaupt levin ja 200 ja hallo 200 was machst du was machst du was machst du los wir sind das lebkuchelswort ja ja alle tanzen alle tanzen alle diese respektlosen tanz diese lahme nummer habt ihr die guck ich kann keinen tanz machen herr youtube wohin alter fahrer ich kann keinen tanz machen warum ey fahrer hin hä warum kann ich keinen tanz machen diesmal krieg ich diese loot von loot drop mach doch tschüss da hinten da hinten lasst du nicht heute hin ey ne ey weil es heute wird gefreut ist ja deswegen gehen wir nicht zu sollten doch brrr okay wir holen euch ab ey ähm dos ich krieg die los ich krieg die los ich krieg die los wär richtig geil hier kommt noch andere Boots hier kommt noch andere Boots wir müssen aufpassen hier kommt noch andere Boots holen scheiß drauf da ich hab den gescheit im Boot ja Leute ich hab jetzt noch nichts gesagt aber es wird auch mehrere Teile davon geben und und das ist halt heute der erste Teil und das ist halt ein bisschen so so der Abend mit ich bin groß denn nur mit dem Tor er hat und im Leben ja ja und das war lustig eigentlich und dann kommen in den nächsten Tagen mehreren Parts und da werden wir richtig teuer haben jetzt kommt auch noch eine richtig geiler Runde also die beste von denen obwohl wir absolut los zusammen sind er so rum heult und dann auf einmal so steht ähm Wolfmann vor meiner Tür ey Tim ist der harmlos fragt Daniel Tim ist der harmlos der Typ ne Tim ist der harmloseste Typ ne und ich schwör euch Tim ist richtig harmlos und äh Levin hatte jetzt Angst wegen dem Song vor Tim und auch und der Song war auch nicht so ernst ja und da wegen an und ich habe da würden noch ein paar Videos kommen wir haben schon zehn Videos oder so vor produziert also das wird auf jeden Fall noch richtig viel kommen auf euch ja danke dass ihr mir alle liebt ja ich küsse euer Herz ehrlich ich hab dir was gedruckt hä wo ist meine Maschinenpistole gibt auch so hier digga gib ihn doch irgendeine ich hab nur packen gleich meine karte holen ich hab auch null digga aber machen wir gleich ah bin nett oh wie viele gegner sind beide alter und wie ficken die sehen wir gleich geh hoch und hol meine karte einer hat shit per youtube 3hard ich werd aber gleich 50 3hard 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 ich werd gleich sehr fuchsig 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 ey jungs ich hab nicht mal ne AR könnt ihr da AR zu finden ey ey dorske david bring mir mal bring mir mal pappern oh ja bei mir sind wir wegner komm 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 juggi ich hab nicht mal ne AR gib mal ne AR ey ey gib mal ne AR ey ich brauch selber eine du ey ich brauch selber eine gib mal ne karte sofort holen ey wenn die mich jetzt nicht sehen ne wenn die mich jetzt nicht sehen wenn die mich jetzt nicht sehen sind die größten bots ja ich hab vier hier ne ja von hinten ey ich werd jetzt richtig toxik alter es gibt ein Lied von den Essen anessen was deutsches gebretel Digga wo kennt ihr doch ich ist ihm wenn ihr ihn seht ne wenn ihr ihn seht wenn ihr ihn seht vor einer Minute hab ich gesagt wir ficken die nein was machst du bei ihr und was machst du eine karte ich habe nicht meinen fernkampf ich hatte nur eine punkte dann danke ich dann danke ich dir auf jeden fall als mein mitspieler dass du meine karte geholt hast ich hatte keine fernkampf waffe was hab ich nicht ich hab 4 schüsse in der waffe hol meine karte hol mein ding für mein ding ich hab gar kein muni nicht nach der karte toxin ließen das sind 20 leute noch ich habe meine karte mehr wer mich ding holt ist der größte ehrenmann den kenne doch alle dahin leise im kek besser auf youtube küsse dein herz immer noch an gleich sterbe ich so selber die kämpfe im haus kämpfen die die waffen die waffen drücken woche aber ich hab gar nix ich meine ich habe ich habe für gar nichts nein ich habe auch ich habe nur von nur nur ja ich hab nur von ich brauche ich habe die sturmgewehr munition er kann mir eine die mädchen geben hallo hier ist ob du kriegst nix von mir gibt mal jeder bisschen mann vorschlag machen ich habe mir mein hals zu mir leid alle alle wahrscheinlich tausend moni von allem alter und ich habe 168 an er ja ich habe 25 junge jungs kommt man jetzt kommt man jetzt die toxin wie es da vierter macht ich habe zehn okay ich gebe dir was dann aber wenn du hast du bis hier ein sniper oder armen nein dankeschön hey da muss ich sagen wenn jeder hat jemand nicht gekriegt ja weil er gesammelt hat die von daniel denn ich sollte weil ich habe ihn auch jetzt mein job ok mein mein maul ich habe da und aber ich kriege so kann ich habe die ehren nur zeit hier alter ich durfte eine halbe kampf punkten denn man dings nimmt ja ich habe jetzt ich habe jetzt auch nur noch acht und du hast jetzt du hast jetzt irgendwie viele junge hier schiebt ihr das in deinen arsch rein hat irgendwann r oder sniper muni nein habe ich nicht wie viel hast du also hier liegen jetzt genau ich habe auch noch nicht und gibt noch mal position ich habe die nicht für dich gedaupt eben weil die schatten und drei wachstückst du daran nicht habt ihr sniper muni ich habe selber nix ja nicht irgendwer noch wieder nimmt hier ich habe ja okay ehre da ist doch auch nur gut ging aber es war auch noch über mein nächstes noch eine beleidigung und leidest du immer aber ich will nicht einfach dran das passiert ja das passiert auf dabei mir und pauli ich sehe da ist rein kein toxik werden gleich um die zu kommen ganz ist hier geht auf mich die sind ja anders toxik alter ich bin deine eltern ich krieg deine geburt ein bisschen wurde so und mein arsch und ein rekord ich bin die ganze generation betracht ganz schön wir machen überall zu können sich freuen danke nein nein danke hier kommt jemand kommt denn wohl ich ja ich habe er hat mich erleben die kill geile egal wer den kill ich so möchte ihn einfach dass einer wenn er euch alle uns alle befriedigte ich habe ihn so ein hit gedrückt als er gesagt doch so easy und mir ist es egal ich bin und du dann genug ist wo man nicht noch wie man dann nicht geholt hat alter dieser anna gefickte camp alter der war der war locker mein kill gewesen ein youtube warum bin ich jetzt ein stil egal ich habe ich habe fünf kills gehabt aber diese huren sondern da kämpfen muss da hat mich einfach so geholt diese huren so hat irgendwer ein bisschen mehr als hat immer 50 punkter er gut oder so weil ich habe 25 hat mich brauchen ehre denn nein kein art ding stengel worte 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 junge worte da war noch als wenn du willst wollen wir erst mal hier bleibt er geht ja gar ich nicht ja ich habe mir die garte geöffnet hat immer geschossen oder dass wir überhaupt schon kurz kann ich den wenigstens haben ich will nur die parker gegner 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 100er hit nice nice ich habe ihn ich habe diese eine rei gefangen von wo youtube 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 baum soll ich auch ja komm rein dankeschön ich küsse alle oder was ich habe hier fast gepistet ich gehöre hast du mir nicht noch gibt meine hallo da liegen doch wenig bei gegner ist richtig aber ist ja nicht so dass er die team jetzt gleich wieder belegt und euch kippt ist über 10 mal hier ist schon eine karte muss da andere hin so weit ist auch nicht weg daniels karte hatte wir haben insgesamt nein pauli das hier nicht passiert oder ich wusste ich habe ich das habe ich gesehen hast noch minis nein da war noch noch ja ach ne da hat alle geheilt weil jeder nicht rausgegangen sei ne ne ok 13 zehn leute nur noch wenn ihr uns beide wiederbelebt ich weiß ja wie gewinnen nein wir leben kommen doch noch nicht mehr gewinnen ok nur einer hin ne geht nur einer hin weil wenn er wenn beide hin geht sind wie direkt tot oh mein gott beste trick alter so und so das merkt man halt auch nicht ne war ja richtig viel das merkt man auch gar keiner ist gut ey danke ne ja bitte kennt euch die leute ne jungs dahinten sind eh noch dinge ja günstig alle was hier wollen kurz zu tun ich bin mir ding wort zuerst wort hat unter der blau pump ey du willst du die grüne pump ich brauche eine blaue wenigstens eine grüne wenigstens eine grüne wort ich tun ja wir haben gar nicht ey rocket launcher rocket launcher es wird gerade rocket launcher auf uns geschossen du keck es geht dein lieblings wort ja nein 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 komm gönnt euch diese loot drop auf ich werde vorbei doch mal eure ganzen eltern ich kann euch ein bisschen geben ey guck mal daniel holen ich bin ich bin bei dieser nachdem er kommt zu mehr rüber ja achi achi ist achi der lieblings wort ja ein bisschen ey sein wird sturm weil die kann man dann auch kein dreck ich brauche von allem und ja habe ich das dann schon sagen ich bleibe den gleich mal alles hinter uns sind auch welche ich bin im bus ja 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 machen die rocket schon drauf direkt hinter uns die sind anders die sehen uns nicht weil wir sind alle braun und diese holz ist auch braun wenn sonne drauf zeigt da oben die feisten alle die machen sich selber kaputt ich brauche hilfe die dann kommt und ich gucke von geklaut des todes aber ich habe gelasert also ich habe somit ar gelasert ich hatte sieben kills jetzt aber scheiß drauf jetzt nur noch sieht nur noch sieg okay ja auch wenn ich immer auf sieg scheiße ich bin nur auf gilt aber ich schreibe diesmal auf geht jetzt auf sieg weil ich will diese leute abpacken habe ich wusste cool welt mitnehmen ich habe 100 gegeben ich bin richtig kraft mit dieser r kommen lassen runter hier unten die treppe ja hat sich fast selber abgeschossen diese esel ganz ehrlich diese spieler hier sind anders kostet ich habe eine foto ich habe eine frau von händchen konnte nix machen das letzte das letzte lassen die ja 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 ja